Ankunft per Helikopter. Erlebnisexperte Jochen Schweizer und Tom Enders, CEO der Airbus Group, haben den Spatenstich für die Jochen Schweizer Welt zelebriert. Ab Anfang 2017 kann dann hier in Taufkirchen bei München jeder Spektakuläres erleben. Das freie Fliegen mit nichts als dem eigenen Körper und Surfen auf der Jochen Schweizer City Wave. Hier entsteht ein neuer Landmark. Wir bauen eine Architektur, die einem Rotor nachempfunden ist, ein dreiblättriger Rotor. Und auf Satellitenbildern wird man diesen Rotor als eindeutigen Landmark im Süden Münchens immer identifizieren können. Auf einer Grundfläche von über 15.000 Quadratmeter entstehen eine Indoor-Skydiving-Anlage für Bodyflying, eine stehende Welle, ein Hochseilklettergarten und ein moderner Kinderspielplatz. Hinzu kommt eine eigene Crossover-Konzept-Gastronomie aus bevorzugt regionalen Zutaten. Zusätzlich gibt es Räume für Firmenmeetings und Seminare. Ganz nach dem Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das neue Erlebnis des Windkanalpflegens ist ja nicht nur für Fallschirmspringer attraktiv als Trainingsinstrument, sondern es ist ja auch für ganz normale Menschen, für Sie und mich, für alle Menschen ein Erlebnis, dieses Gefühl des im Wind schwebens zu erleben. Und Kinder mit zehn Jahren können das hier in einer halben Stunde erlernen. Die Jochen Schweizer Welt entsteht in einem Joint Venture zwischen der Jochen Schweizer Gruppe und der Airbus Group. Jochen hat mich vor einiger Zeit einfach angesprochen. Er hatte verschiedene Optionen. Und da Otto Brunn ein toller Luftfahrtstandort ist, ich glaube, geografisch auch sehr gut gelegen hier an den Autobahnkreuzen, haben wir gesagt, Mensch, das ist eine tolle Idee. Ich war sofort Feuer und Flamme, können Sie sich ja vorstellen, weshalb, aber auch aus unternehmerischen Gründen, weil das passt zum Standort. Baubeginn ist in wenigen Wochen. In 18 Monaten soll die Jochen Schweizer Welt schon fertig sein. Dann ist Fliegen, Surfen und Klettern an 365 Tagen im Jahr möglich. Der Eintritt ist kostenlos. Die einzelnen Erlebnisse selbst kann man schon jetzt im Jochen Schweizer Shop buchen.